Ciao Ragazzi, was geht? Euer Squee am Start und damit herzlich willkommen zum Wildcard Day des Reserve Rumble Tournaments. Hier erhalten nochmal die Plätze 3 und 4 der vergangenen Qualifikationstage eine Chance ins Finale einzuziehen. Schaut euch gerne die Highlights bis zum Schluss an. Lasst mir einen lässigen Kommentar da. Vergesst nicht zu liken. Zu kommentieren habe ich schon gesagt. Und kostenlos zu abonnieren. Viel Spaß Ragazzi. Wie angekündigt habe ich einen Co-Cast am Finaltag eingeladen. Ihr wollt wissen, wer es ist? Bei 100 Likes auf diesem Video wird es bekannt gegeben, Ragazzi. Also push den Button. Ich bin direkt über dir im Treppenhaus. Andere Seite bist du, ja? Also ich bin hier, wo du warst. Okay, dann nicht. Na tipp, lebt unten noch anderes Treppenhaus. Ja, spielt einfach in der Ärzte, da kommt die Nate. Oh, ich glaube, kriegen wir geblieben. Doch, Vollgas! Meine Waffe schießt nicht. Meine Waffe hat nicht geschossen. Oh, das war Swaggetti Yolonese! Cravits glaube ich trauen von Acid. Krisa hat was abgekriegt. Retrieben Low. Von Dreamy. Es ist gegen Krisa. Ich habe 60 schossen. Ey, Acid hat Krisa auch noch down. Der ist an mir vorbei, Teleportist. Acid tötet Swaggetti Yolonese, Krisa, Cravits. Zwei Minus, Points eingesackt. Moin und Servus, euer Mai hier. Ich grüße euch herzlich zu einer Ankündigung. Und zwar am 5.6. Werde ich zusammen mit dem Scooby das Reserve Rumble Turnier co-casten. Ich werde vor Ort sein. Seid ihr es also auch. Wir sehen uns am 5.6. Bis dann. Euer Mai. Euer Mai. Schöne ich auch. Okay. Schönes Umschaltspiel in den Sneaker, als ihr ihn gehört habt. Ich habe sonst nichts gehört. Monster gibt die Calls. Hier ist einer rechts. Komm, Kinks. Bei der Leiche. Könnte das King Chief sein, eventuell? Bleiben noch in den Büros. Und es ist King Chief. Da sehen wir, wie Flon down geht. Monster. Gegen Monster. Und da wird Phil von King Chief. Oh, macht er aber ganz ruhig. Einer kommt noch von außen drüber. Das dürfte jetzt Kano sein. Ich habe einen von außen. Das war Kano down. Und das Bowie. Wahrscheinlich. Park, wo war er hinter mir kam, kam der. Oder? Das hat mich. Moment, habe ich dich? Ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn. Das ist Bowie. Kravitz hat Bowie. Ich habe dich. Habe ich dich? Kravitz hat erst Chris'er geholt, als er aus dem Treppenhaus kam. Du hast halt nicht gesagt, welches Treppenhaus ist. Push entgegen. Ich habe einen. Einen hat er. Armbruch, Heavy Bleeding. Bist du gerade im Medic House angekommen, Bennet? Da laufen noch welche. Einen habe ich. Einer Minus. Unterbarer down. Flo, er ist bei mich. Ich habe, glaube ich, einen Player down. Oh, Dreamy. Nee, dann nochmal. Das Teamplay. Okay, Nate. Oh, er will rausspringen. Hab ihn. Sehr geil. Unter uns. Kommt hoch. Und noch ein Minus. Sehr schön. Schönes Teamplay. Auf geht's. Nochmal gut umgeschaltet. Ich höre Holz links von mir. Ja. Bist du im Blauen? Nein. Im Blauen ist was drinne. Nee, der rein. Komm raus. Eine Minus. Nice. Hast du ihn aus dem Blauen? Ja. Ja, zwei Spieler. Einer down. Kano, musst du zurückziehen. Oh, nice. Nice. Ich finde da auch ein Digga. Ich finde da auch ein Digga. Hab ihn. Und Kano. Du gehst gerade raus, oder was? Eine Minus. Nice. Sehr stark. Da wartet er. Da wartet er einfach. Keine Zeit für dich. Ich habe ihn, habe ihn, habe ihn. Und Chris, da hat ihn. Da ist noch ein zweiter. Und Double Kill. Warte, dann. Und der kriegt's da. Nein. Und hinterher. Einer Minus. Noch ein zweiter, noch ein zweiter, noch ein zweiter. Den krieg ich da nicht. Nee, das ist der, ist unten. Mach mal. Bleibst du? Hab noch einen Spieler. Ganz locker weg. Ich... Da ist er. Ich glaube, das war ein richtig cleaner Header. Das war, glaube ich, ein richtig cleaner Header. Von BMT. Gut. Hier jetzt meine Seite. Ich habe ihn. War, glaube ich, ein Teilnehmer. Auch so stark mit dem Hipfire der Dreamy. Ja. Hier kommt noch was angelaufen. Schöne Bock. Hinterher. Prefire. Einen habe ich. Ganz easy down. Zieht hoch. Geht wieder runter. Zieht einmal durch. Nein. Nein. Oh, schade. So ein schönes Movement. Kann der wieder nicht geben. Wann keine Teilnehmer. Ja. Werde Dings. Seine Nade. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich flieche hinten rein. Servergang ist clear. Set. Schießt in den Rücken hinterher. Ich bin cool. Stratek down. Ilum muss es richten. Und den hat er. Granata. Kommt jetzt unten rein. Eine Tür. Warst du eine Tür? Nee. Auf dem Dach ist schon was. Auf dem Dach einer Minos. Das ist gar nicht der Mate. Das war gar nicht flown. Ja, das kann gut sein. Was? Aber dann hat er bestimmt noch einen Mate, Digga. Ja, ja. Wart mal. Dreamy gegen Instantee. Instantee ist sneaky unterwegs. Dreamy vermutete ihn ein bisschen weiter hinten. Aber du hattest die Nate. Er hat ihn mit der Nate. Er hat ihn doch nicht mit der Nate. Okay, okay, okay. Never mind, never mind, never mind. Das war kein Teilnehmer. Sorry, 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 sorry. Das war aber kein Silence, was er gespielt hat. Illusion gegen Dope Yusek. Medic Haus. Oh mein Gott. Hinter ihm, unter ihm, neben ihm. Sound bei Dope Yusek. Und Dope Yusek hat Illu downed. Da sehen wir es nochmal oben links. Aus dem Loch in der Mauer. Stark gespielt. Server, Bro. Er hat geschossen irgendwo. Der Sound ist bei Dope Yusek. Und Bartek downed. Dope Yusek holt sich erst Illusion. Und dann Bartek. Ich habe einen hier. Kano? Hier ist noch einer. Bartek ist von Kano gestorben. Er läuft im Busch. Das sind Bowie und Kano. Kano ist downed. Das heißt, Kano hat Bartek geholt und Dope Yusek hat Kano geholt. Da ist Bowie von... Nein, er lebt. Von Dope Yusek oder von Batskills? Ich blicke gar nicht mehr durch. Ich glaube von Batskills. Von Batskills. Mega unpaunt der Kravitz. Und es war King Chief. Boah, geil nochmal umgeschaltet. Geil nochmal umgeschaltet. Einfach nur krass von der Regie. Und er ist jetzt auch ein Minus. Nein, ich habe nämlich einen Headshot vor dem anderen getankt. Ich bin bei dir hier, ne? Ich muss mal Heavy-Beat stoppen. Den gönnt er sich. Da ist noch... Ja, da ist noch einer. Irgendwo. Hast du den? Nein, ich sehe keinen. Einer down. Doch, da muss noch einer sein im Bunker unten. Dann save drei Leute. Meine Nate, ja. Ne, die zweite Nate war nicht von mir. Meine. Hier ist keiner. Hier in dem Bunker. Komm zurück. Da ist wirklich noch einer. Jetzt geht raus. Hab ihn. Und da hat er ihn. Hab ihn. Geht vor. Geh weiter. Geh weiter. Hab ihn. Illusioner Minus. Du bist Doubles, ja? Nein. Doubles ist er. Ich bin Server. Illusioner Minus geht vor. Ein Stück. Wechsel zurück zu Bartek. Haben beide down. Durch die Wand. Geht so. Geh gut an. Das war ja der Beam. Erstmal will den C fight. Einfach Hammer krass on point. Kein Schaden genommen. Noch ein zweiter gegenüber. 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 Oh, ich bin der Sonnele. Okay. Auf der Ecke steht an der Faaack. Ich bin vorne einfach rein. Ja. Das ist Pornhalle, glaube ich. Ja. Das ist hier auch von mir. Hab ihn. Gar kein Problem für Asset. Sehr schön. Ich bin der, Digga. Schade. Ich treffe mich nicht. Da ist unten noch einer. Schade, schade, schade. Das ist bestimmt gerade auch. Ich hab's gegen euch. War das BAUI? Oh. BAUI gegen Flawn. Pisch sich vor. Hopp noch ein. Snack. Ohne Gegenwehr. Während der die Nekki, glaube ich, geschmissen hat, oder? Und Double Kill. Double Kill funktiert. Zieh raus. Minus. Huhuhuhu. Durchs Fenster. Und Double Kill von Tausern. Yes, boys. Yes, man. Digga. Clean gemacht. Wichtig. Was? Was? Wenn sie springt. Hab ihn. Digga, wie hab ich den jetzt gekillt? Mal Player. Ist ja auch einer von denen. In Z. Bartek schaltet direkt um. Und freihandt. Er fällt nicht um. Oh, beide müssen nachladen. Beide müssen nachladen. Bartek ist nochmal, glaube ich, schneller. Beide down. Nice, 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 nice. Boah, Digga. Ich hab noch 11 HP. 11 HP, 9, 8. Geil. Free Kill. Und Double Kill von Instantee. Tausern schon. Ne, Tausern im Bunker. Und jetzt wer wird's machen? Instantee gegen Baby Bennett. Instantee gegen Baby Bennett. Instantee down. Verbein. Einer down. Hinter mir. Oben offen darf immer noch. Wieso? Ja, gar keine Chance gegen Illusion. Mach da mal eben nebenbei. Oben links. Oh, geil. Geile Perspektive. Das ist jetzt natürlich sehr geil, wenn die sich auch noch gegenüberstehen. Da haben wir ganz kurz gesehen. Daupjusek. Chano, voraus. Oh, da geht Daupjusek down. Oh, schwierig. Direkt ganz links an der Mauer. Mal gucken, ob Illusion das sieht. Er hat ihn gesehen. Oh, er hat ihn gesehen. Oh, da. Oh, der hinkommt. Was für ein Bubba-Messius-Play. Hab noch einen. Und Kravitz, I'm down. Könnte Illusion eventuell gewesen sein. Von der Position. Ich weiß es nicht. Ach, schade. Gegen Monster. Bennett gegen Monster. Ja, irgendwas Minus. War, glaub ich, nicht Monster. Ach, dummes Spiel, Digga. Aber ja, so bin ich halt Solo am Fighten. Das ist halt dumm. Die sind da zu zweit in dem Haus gewesen. Flown down. Oh, Digga. Von Baby Bennett. Oh, Digga. Komm noch einen. Ja, Mann. Nice. Nice. Chris, I'm Fight. Geht direkt weiter hier. How are you? Nice, easy. Sehr nice. Sehr nice, sehr nice. Schön gemacht. Battle unten im Keller. Babymann, dank für zehn Monate. Dankeschön. Oh, BMT geht in den Hitfire. Um die Ecke. Gegner down. Gut unterwegs mit der M1A. Gefällt mir. Da kommen noch zwei. Einen hat er. Mauen weiter drauf, Mauen immer weiter drauf. Muss ich zurückziehen. Die Nacht. Gegner kommt, Gegner kommt, Gegner kommt. Nein, er hat Waffe aufgezogen. Schade. Fasten Triple. Was? Ich geh gar nicht. Ja, ich hab einen. Richtige Nackenschelle gegeben. Geh ich zur anderen Seite. Da sitzt was. Oh, shit. Oh, Mann hat die Brille gut gesehen. Hab ich. Ja, gar keine Chance gegen Dreamy. Ja, ja, mach mal erst mal. Mach mal Licht, bitte. Dreamy holen ihn komplett weg. Ich nade da hin nochmal. Ich geh mal Richtung Matt House. King Chief down. Da sehen wir es bei Dreamy jetzt nochmal. Ich lebe noch. Dreamy hat glaube ich gerade King Chief. Ja, ich hab ihn. Er hat King Chief geholt. Weiter geht's. Xeer. Okay. Zwei. Monster und Flown gegen Illusion. Da ist der erste Down. Das war Flown. Und da ist Monster jetzt oben. Und Monster gibt dann Illusion das Brett. Voll weg in Camp. You get fucked. Krass. Ich hab gehört. Ich hab gehört, dass er sich heilt, ne? Versucht mich zum Laufen. Ja, er hört er ja. Er ist weg. Hab einen. Illu down. Hinter Black ist einer. Bowie zu stark. Hab noch einen. Zwei. Einfach Double Kill. Bowie beide geholt. Und Flown geht down. Da sehen wir es oben links jetzt. Ja. Ja, da Minus. Raus ihn weg. Baby Bennett. Ist hier. Down. Boah, so weit weg? Ich hab dich aber direkt gerecht. Baby Bennett, der ist Sniper. Wenn ich den tatsächlich hab, da oben auf dem Dach. Krass. Das war's hier. Haha, da sehen wir so. Markt vom Gebäude, okay. Adobe Music hat mehr Möglichkeiten, sich zu verschieben. Illusion bleibt immer noch in dem Raum drin. Das ist die letzte Entwicklungsstufe der PP. Ich sag es dir. Da sieht dann. Er und Illu down. Digga. Ich find keinen mehr. Doch. Einer läuft noch. Das wird jetzt knapp. Meine Mods sind down, um die Zeit zu checken, falls es zu spät ist. Hab einen. Aber ich glaub, der ist noch drin. Hahaha. 20 Sekunden. Da kommt sogar noch eine Nade-Bags hier. Und der nimmt er auch noch mit. In den letzten Sekunden geht er aber noch down. Perfekt. Ich hab einen gekillt. Das war's. Und damit ins Finale einziehen. Auf Platz 2 Jeff Bosnus mit 27 PMC-Kills und 466 Punkten. Und auf Platz 1, Regression jedenfalls ins Finale einziehen, werden Team Dope Skills mit 28 PMC-Kills und 474 Punkten. GG's, everybody.